Er ist da, alle Zeit, schickt er dir auch das Leid, fühlt er dich auch durch Dunkelheit und Not. Er, der selbst diesen Weg ohne Einschränkung geht, er führt dich auch hinaus zu seiner Zeit. Du bist verzagt, dein Leben scheint dir ohne Freude. Ein neuer Tag und auch nur Hoffnungslosigkeit. Du bist allein, denn keiner kann dich recht verstehen. Er ist da, alle Zeit, schickt er dir auch das Leid, fühlt er dich auch durch Dunkelheit und Not. Er, der selbst diesen Weg ohne Einschränkung geht, er führt dich auch hinaus zu seiner Zeit. Doch dann hörst du, dass einer für dich gab sein Leben, dass er auf sich nahm alle Not und Traurigkeit. Vertrauensvoll, kannst du ihm deinen Kummer geben, denn auch für dich, er ging das Leben durch hinauf. Er ist da, alle Zeit, Jesus hilft aus dem Leid, und führt dich auch durch Dunkelheit und Not. Jesus selbst geht voran, bricht dir Wege und Baum und führt dich dann in seine Herrlichkeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!